Die Franz-Fischer-Hütte mitten in den österreichischen Alpen. Kathi und Frank Ordlebs Heimat- und Arbeitsstätte auf Zeit. Bevor die ersten Gäste kommen, muss die Schutzhütte aus ihrem Winterschlaf geholt werden. Eine Woche Zeit bleibt den beiden dafür. Ein wenig holbrig läuft die Saison 2016 an. Schnelle Lösungen für Alltagsprobleme müssen gefunden werden. Die beiden Thüringer wieder zurechtkommen mit der rauen Natur und ihren Hüttenrhythmus finden. Von Berg zu Berg die Ortlebs und ihre Alpenhütte. Ab Montag bei MDR um 11.